Hey, pass mal auf. Robin, wir haben vorhin ein neues Format aus da drauf gehoben. Also wir sind jetzt im Fehlpass und wir haben uns überlegt, wir bombardieren dich gleich mit ein paar Fragen. Und das Ganze haben wir Fragenhagel genannt. Bist du bereit für ein paar Fragen mit möglichst kurzen Antworten von deiner Sette? Ich bin bereit, ich gebe mein Bestes. Wie kurz müssen die Antworten sein? So kurz wie möglich. Und so schnell wie möglich. Wer hat am härtesten die Meisterschaft gefeiert? 1-0 oder 5-4-Sieg? 1-0 Wer hat dir als erstes gratuliert? Der Trainer Was war besser? Sieg beim Goldpokal oder Sieg bei der Meisterschaft? Meisterschaft Geilstes Spiel der letzten Saison? 3-1-Sieg gegen Freudenstadt Meisterschaft Ergenzingen oder Nicht-Abstieg VfB Stuttgart? Meisterschaft Ergenzingen Wie viele Stiefel musstest du als Kapitän anschreien? Keiner, ich wurde disqualifiziert Der Gegner, auf den du dich in der Landesliga am meisten freust? Hoffentlich Rottenburg Wenn es Rottenburg nicht wird, dann Empfing Ergenzingen bleibt als Aufsteiger in der Landesliga, weil Wir eine richtig geile Truppe sind Letzte Frage Ergenzingen bleibt nicht in der Landesliga, wenn Steht nicht zur Diskussion Perfekt Fußball ist einfach Fußball ist einfach Vielen Dank Gute Antworten Gefällt mir Eher Bis zum nächsten Mal.